Halt, Stopp! Stellen Sie bitte den Motor ab. Ich möchte Sie nun über die Verkehrssicherheitsversamen aufklären. Ohne Helm dürfen Sie hier sicher nicht fahren. Bitte zeigen Sie mir sofort Ihren Führerschein und Zulassungsschein. Ich werde mir das Moped jetzt ein wenig genauer unter die Lupe nehmen. Ah, wurde der hier etwas am Auspuff gemacht? Vielen Dank. Sie bekommen nun einen Strafzettel wegen Fahrens ohne Helm. Das wären dann 25 Euro bitte. McDonalds-Gutscheine wären auch erwünscht. Dieses Video wurde ausschließlich für Unterrichtszwecke gedreht. Im echten Leben fahr langsam, beachte die Straßenverkehrsordnung und setz dir immer einen Helm auf. Das war's für heute. Vielen Dank.